Jo Leute, was geht? Freunde, heute haben wir eine Premiere und zwar das erste Mal werden wir uns heute anschauen, wie jemand den XXL Grimace Shake trinkt. Wir schauen uns ganze Leute auf dem Kanal von Badland Sharks an. Und Leute, der Typ ist bekannt für gewisse Memes, zum Beispiel auch Big Smokes Order. Er hat einfach das gesamte Essen von Big Smoke gegessen, was er in einer der GTA San Andreas Missionen gegessen hat. Er hat sich verkleidet, er hat das Ganze aufgegessen und er ist bekannt dafür, alles Mögliche zu trinken und dann am Ende, ja, richtig krass, das Gas rauszulassen, würde ich sagen. Also, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, checkt unbedingt Badland Sharks aus und ich würde sagen, let's go mit dem Video! It is Grimace's birthday, alright? And you know what we gotta do. They got his own shake, purple down and everything. Guck mal, er hat sogar ein lila Hemd an. You know, we gotta try this bad boy. Introducing the McDonald's Grimace's birthday, Purple Shake. Yeah. Don't touch that mouse. Alter, was für eine Intro, Bruder. Lange nicht mehr reingeschaut. Okay. Don't touch that mouse, folks. TV-remote or phone screen, because your boy Badlands Chugs is on. And yo, it is Grimace's birthday. Okay. You know, the big Barney-looking man. Ja, stimmt. Der ist so ein bisschen Barney-mäßig. Er sieht tatsächlich aus wie Barney. Von der Farbe her würde das passen. ... and purple thing from McDonald's that we all used to know and love, alright? Grimace has been out of action for a minute, but yo, he's back and it's his birthday. Keine Sorge, er wird gleich drei Liter davon auf am, am Echsen. Er wird die Echsen, Leute. Er wird die komplett durchziehen. Und ihr wisst, Milchshake hat sehr, sehr viel Luftblasen. Alright? ... and they just brought this bad boy out, okay? This right here is a Grimace-Shake. Oh my goodness, I've never tried this. So I don't know, what color is, what flavor it is. But yo, we're about to try this right now. And they also have a meal. You know what I'm saying? Das sieht so cool aus. Guck mal, die haben sogar eine eigene Tüte. Hier, Celebrate Grimace's Birthday. Einfach so schön. Die Tüte sieht sehr schön bedruckt aus. Bestimmt auch was wert. Locker. But you know, been there, done that, alright? This is what it's all about right here. So let's take a sip. Okay. Oh, ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob auch was passieren wird in dem Video mit Grimace. Weil jedes Mal, wenn jemand einen Grimace-Milchshake trinkt, da passieren Sachen. Hm. Ohohoho. That's good. Nice and purpley. Mm. Mm. Ah, but yo. I'm not about to sip this out of no kind of straw, alright? I brought my Budo, okay? Er hat den Budo. Und der hat angeblich drei Liter. Ja, es sieht so klein aus, weil er hat einen großen Kopf und eine ganz große Hand. And ladies and gentlemen, this right here is the new DOS boot, alright? You see, it has the B for Badlands on it. It's two liters. Ah, die ist nur zwei Liter. Ah, okay. Dann trinkt er eineinhalb, ne? Two liters at the line, three liters at the top. Ah, doch. Drei Liter an der Spitze. And we're about to step into the Chug-Zone, okay? So, I got the DOS boot right here. And let's begin. Bro, das Teil ist schon größer als ich dachte. Okay, ich nehm's zurück. Der könnte theoretisch zwei, drei von den Grimace-Bechern alleine reinpacken. Oh, mein Gott. Do you hear that? Oh, it's... Und wenn man davon ausgeht, dass normalerweise ist ja bei uns der Milchshake maximal einen halben Liter, aber es ist dort, glaube ich, 0,75, das heißt, wenn er drei davon hat, dann sind das, oder das sind 666 Milliliter und dann wäre das theoretisch jetzt fast zwei Liter, fast, 1,8 Liter. Should we fill it to the top? Let's fill it to the top, folks. Oh, my goodness gracious. Bro, das ist schon krass, ne? Das Ganze trinkt der jetzt weg. Alter. Ich mach das jetzt, Leute, uncut. Wir werden jetzt uncut, das schauen, wie er das trinkt. Ich bin sehr gespannt. We're about to chug it. It is fridge cold, all right, because it's a shake. But, yo, we can't enough talk, so it's time to chug. Es ist auch noch kalt. Also, Leute, seid ihr ready? Ich bin sehr ready. Let's go. Three, two, one. Enough talk. Oh. Okay, Leute. Ich bin... Oh, my God. Denkt dran, das ist kalt. Yo, wie schnell trinkt der bitte? Oh, my God. Nach 10 Sekunden schon die Hälfte geschafft. What? Okay, hier tut es sich ein kleines bisschen schwer, aber ey, schafft es in 20 Sekunden. Bro. What? What? Er hat es einfach in 18 Sekunden drei Liter weggetrunken. In 18 Sekunden drei Liter Grimace Shake. Ich würde mich so sehr freuen, noch nur einen einzigen Tropfen Grimace Shake zu haben. 18 Sekunden. Aber, Leute, jetzt kommt der Spaß. Jetzt geht es erst richtig los. Das Schlimme bei einem Milchshake ist, wenn du den schnell trinkst, diese Luftblasen, die kommen dann erst später hoch. Aber ich glaube, der Milchshake ist an sich schon flüssig gewesen. Bei uns ist Milchshake ein bisschen, ein bisschen fluffiger. Okay, es schmeckt nicht wie Grape. Es schmeckt mehr wie Berry. Also Blueberry würde ich sagen. Oder Erdbeer. Ja, Leute. Die Grimace Shakes verkaufen sie nicht mehr. Die waren bis gestern. Oder bis vorgestern. Bis zum 11. oder so. Oder bis zum 10. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Grimace Shakes kannst du nicht mehr kaufen. Nicht in Amerika. Aber ey, macht der da noch hier... Yo, der Hut, Alter. Okay, der sieht halt wirklich aus wie Big Smoke gerade mit dem Hut. Okay, irgendeine Werbung für ein Cameo oder so. Ey, ich dachte gerade, dass du dir noch alles wegrülpst oder so. Aber nein, der Milchshake ist flüssig zu trinken. Es ist eher ein Smoothie, kannst du nicht sagen. Aber es ist auch... So ein Milchshake ist ja eigentlich... Ja, okay. Könnte man nur sagen, ja. Aber ey, der Typ, der hat es auf jeden Fall drauf. Wenn man das sieht, dass der es einfach wegtrinkt, Leute. In 18 oder 19 Sekunden. Es ist schon natürlich geisteskrank. Das ist absolut krass. Also. Vor allem. Das wird ja immer schneller, ne? Boah. Es ist... Alter, es ist schon Wahnsinn, Alter. Was der Typ drauf hat. Also, Leute. Ich kann nur sagen, ey. Er ist tatsächlich immun gegen Grimace. Es passiert nichts, wenn er den trinkt. Grimace hat so viel Respekt vor ihm, dass er sagt, Bro, chill mal, chill. Ich kann dir nichts tun. Du bist zu mächtig für mich. Er wird es auf jeden Fall... Ja. Er hat auf jeden Fall keine Chance gegen... Grimace hat keine Chance gegen Badlands Chucks. Ja. Freunde. An der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Für diese kleine Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lass einen Like da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video wieder. Heidi ist raus und rein und ciao.